Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zum vierten Teil der Reihe Building Information Modeling. Und in diesem vierten Teil möchten wir auf die thermische Berechnung aus einer IFC eingehen. Das Ingenieurbüro HAK hat natürlich auch einen entsprechenden Ingenieur, den Herrn Schuster. Und der Herr Schuster fragt sich natürlich, jetzt durch diese neue Datenübergabe, habe ich denn da auch Vorteile bei meinen Berechnungen? Und tatsächlich, aus dem übergebenen Architekturmodell ist es möglich, in der Plan Calnova ein thermisches Modell zu generieren und dieses thermische Modell dann in thermische Berechnungen zu führen. Natürlich müssen die Bauteile, die wir vom Architekten erhalten, in gewisser Weise nachqualifiziert werden, damit sie für die Heizlast- und Kühllastberechnung genutzt werden können. Man kann aber festhalten, dass sich der Eingabeaufwand in der Plan Calnova je nach Qualität der IFC deutlich reduzieren kann. Dies hängt aber auch viel vom Architekten ab. Die Aufnahme der Daten sieht dann wie folgt aus. Wir bekommen hier vom Architekten die entsprechende Architektur per IFC angeliefert. Wendefenster und Türen werden zu Nova-Elementen gewandelt. Elemente, die uns nicht so sehr in der Berechnung interessieren, wie Säulen, Unterzüge, Fassadenelemente oder Möbel, werden zu 3D-Proxy-Elementen. Sie erhalten also nach dem Einlesen ein Nova-Modell für die thermische Berechnung plus 3D-Proxy-Elemente. Zielsetzung ist natürlich dann immer, dass ich dieses Modell so nutzen kann, dass ich eine vollständige Heizlast- und Kühllastberechnung machen kann. Das war unsere kurze Übersicht über die thermische Berechnung in der Plan Calnova. Ich hoffe, dass ich Sie im nächsten Teil auch begrüßen darf zur IFC-Ausgabe.